Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem abschließenden Video zum Thema Registermaschinen möchte ich kurz reflektieren, was wir jetzt eigentlich an wichtigen Konzepten kennengelernt haben, denn die werden uns zum Teil auch bei JavaScript dann wieder begegnen, also wenn wir uns mit höheren Programmiersprachen beschäftigen. Das erste wichtige Konzept, das wir gesehen haben, ist das der Initialisierung. Wir mussten unsere Register immer mit Werten vorbelegen. Das konnte auf verschiedene Arten und Weisen geschehen. Zum einen, indem wir einen Wert in den Akkumulator geladen und diesen dann in das entsprechende Register geschrieben haben. Das haben wir bei der Summation der Zahlenfolge gemacht. Da haben wir das neutrale Element bezüglich der Addition, die 0, in den Akkumulator geladen und dann in das Register geschrieben, indem wir unsere Summe berechnen wollten. Beim Potenzieren haben wir das ähnlich gemacht mit der 1, die wir als neutrales Element bezüglich der Multiplikation ebenfalls in dem Ergebnisregister gespeichert haben. Die andere Möglichkeit, die wir kennengelernt haben, bestand darin, dass wir einen Wert direkt aus der Eingabe in ein Register hineingelesen haben. Wir hätten auch den Umweg über den Akkumulator gehen können, aber wir konnten einen Wert auch aus der Eingabe direkt in ein Register lesen. Das haben wir bei dem Potenzierungsbeispiel getan, indem wir von Eingabeband sowohl die Basis als auch den Exponenten eingelesen und direkt in den Registern 1 bzw. 2 gespeichert haben. Das zweite wichtige Prinzip, das wir kennengelernt haben, ist, dass wir immer nur mithilfe des Akkumulators rechnen können. Das ist etwas, das uns in den höheren Programmiersprachen erspart bleiben wird. Aber hier brauchten wir das. Wir mussten immer so vorgehen, dass wir den ersten Wert zunächst aus einem Register geladen haben, dann einen zweiten Operanten mit diesem ersten Operanten verrechnet haben, indem wir ihn mit einer Rechenoperation zu dem Wert im Akkumulator dazugeholt haben, also indem wir addiert, subtraert, multipliziert oder dividiert haben. Das konnte ein Direktoperant sein, also eine Zahl sub gleich 1 haben wir da beispielsweise gesehen, was dafür sorgte, dass der Wert im Akkumulator um 1 reduziert wurde. Das konnte aber auch ein Register sein, MULT3 zum Beispiel, wo wir dann den Wert im Akkumulator mit einem Wert aus einem anderen Register multipliziert haben. Was wir dann immer machen mussten, war, dass wir diesen Wert wieder zurück in das Register speichern mussten, aus dem wir ihn ursprünglich geholt hatten. Erinnern wir uns noch einmal an das Potenzierungsbeispiel. Der Wert im Register 3 wurde mit einem anderen Wert multipliziert oder der Wert im Exponenten um 1 reduziert. Das konnten wir nicht direkt machen, weil wir in den Registern selber nicht rechnen können, sondern wir mussten immer das über diesen Umweg mit dem Akkumulator machen. Deshalb haben wir da immer diese Dreifaltigkeit von Befehlen, also diese drei Befehle, die immer zusammen auftraten, wie beispielsweise LOAD2 sub gleich 1 store 2. Diese drei Befehle zusammengenommen sorgten letztlich dafür, dass wir den Wert in Register 2 um 1 vermindert haben. Und ähnlich sah das bei der Multiplikation aus, die wir im Register 3 durchgeführt haben. Das dritte wichtige Konzept, das wir kennengelernt haben, ist die Fallunterscheidung. Diese sah immer so aus, dass wir einen Wert auch zunächst in den Akkumulator laden mussten, denn nur dort können wir Vergleiche durchführen. Wir können dann auf Gleichheit mit 0 testen oder ob der Wert größer als 0 ist. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. In Abhängigkeit von dem Ergebnis, das wir bei diesem Vergleich erhalten haben, also je nachdem, ob der Wert gleich 0 oder größer als 0 war, je nachdem, ob wir Jump Zero oder Jump Greater Than Zero abgefragt haben, in Abhängigkeit davon wurde dann also entschieden, wie wir weitermachen, an welcher Stelle wir das Programm fortsetzen. Entweder mit dem nächsten Befehl, wenn die Bedingung nicht erfüllt war, oder aber wir springen an eine angegebene Adresse, wenn die Bedingung erfüllt ist. Das vierte wichtige Konzept, das wir kennengelernt haben, ist die wiederholte Ausführung. Ich habe das auch als Schleife bezeichnet, so nennt man das auch häufig in der Informatik. Dieser Begriff wird uns auch in höheren Programmiersprachen wieder begegnen. Eine Schleife ist also eine Folge von Anweisungen, die wiederholt ausgeführt wird. Bei unseren Beispielen war es so, dass wir die Anweisungen einmal ausgeführt haben, dann am Ende wieder an eine Stelle zurückgesprungen sind, an der wir zuvor schon einmal waren und dann die Befehle erneut ausführen. Das dürfen wir natürlich nicht unendlich lange tun, denn unser Programm soll irgendwann enden. Wenn es niemals zu Ende käme, würde das Programm nie zu einem Ergebnis kommen, würde also niemals aufhören zu laufen. Wir müssen unsere Programme so konstruieren, dass sie auch irgendwann terminieren. Es ist unser Job als Programmierer, dafür zu sorgen, dass das auch tatsächlich passiert. Deshalb brauchen wir eine Fallunterscheidung innerhalb dieser Anweisungsfolge unserer Schleife. Oft finden wir diese, wie in unseren Beispielen, am Ende dieser Anweisungsfolge, wo wir eine Bedingung überprüfen. Nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, springen wir wieder zurück an den Beginn der Schleife, führen die Anweisungen also erneut aus. Wenn die Bedingung hingegen irgendwann nicht erfüllt ist, wird mit dem ersten Befehl hinter dem Sprungbefehl weitergemacht und der liegt dann außerhalb der Schleife. Man kann auch Schleifen ineinander schachteln, aber solche komplizierten Beispiele wollen wir hier bei der Registermaschine nicht betrachten. Diese vier Prinzipien werden uns in leicht modifizierter Form später wieder begegnen, wenn wir uns in der Folge mit höheren Programmiersprachen beschäftigen. Da werden wir dann in JavaScript einsteigen und werden uns dann angucken, wie man solche Dinge, wie wir sie hier gesehen haben, dort angeht. Statt von Registern sprechen wir dort dann von Variablen. Auch die werden wir initialisieren müssen. Das Rechnen kann zum Glück nicht nur in einem Akkumulator erfolgen, sondern in jeder Variablen. Tatsächlich gibt es so etwas wie einen Akkumulator dort nicht. Wir werden Fallunterscheidungen haben und wir werden Schleifen haben. Alle diese Konzepte, die wir hier jetzt kennengelernt haben, werden uns also wieder begegnen. Was wir mit der Registermaschine vor allem gesehen haben, ist, wie einfach ein Computer aufgebaut sein kann. Im Grunde genommen kommt er mit nur zwölf Befehlen aus. Damit lässt sich theoretisch jedes beliebige Programm umsetzen. Die Registermaschine ist als theoretisches Modell so gut, dass sie vom Prinzip her ein vollwertiger Computer ist, wenn man sie denn bauen würde. Direkt so werden Maschinen normalerweise nicht gebaut und vor allem werden sie so meist nicht programmiert, weil, wie wir gesehen haben und ihr in den Übungen noch feststellen werdet, die Programme recht schnell sehr unübersichtlich werden. Ein komplexes Programm für die Registermaschine zu schreiben, ist alles andere als einfach. Man kann das lernen, aber das wollen wir hier nicht. Denn wir können uns das Leben erheblich einfacher machen, wenn wir eine höhere Programmiersprache verwenden, die immer noch formal genug ist, um von einer Maschine ausgeführt zu werden. Wir müssen weiterhin unsere Algorithmen in einer formalen Notation beschreiben, die von einer Maschine ausführbar ist. Aber auf der anderen Seite können wir in einer höheren Programmiersprache Algorithmen so formulieren, dass sie für einen Menschen leichter verständlich und besser nachvollziehbar sind und man sich leichter über sie unterhalten kann. Damit wird es in den nächsten Videos weitergehen. Und das wird ein großer Block dieser Vorlesung bzw. Videoserie sein, in dem wir uns dann mit dem Thema JavaScript beschäftigen, als ein Beispiel für eine höhere Programmiersprache. Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Video.